Welcome back in Zurich, where Champions meet Talents. BMP Bariba Zurich Open 2012 im Schweizer Sportfernsehen. Legenden wie Marc Philippusis, Henri Le Gaunt und Tim Henman zeigen noch einmal ihr ganzes Können. So auch im Doppel mit den besten Talenten der Welt. Das SSF zeigt die Spiele vom 22. bis 24. März live und exklusiv. Seien Sie dabei, wenn ein Stück Tennisgeschichte weitergeschrieben wird. BMP Bariba Zurich Open 2012 wird präsentiert von BNP Bariba.